Hallo meine Lieben, wir haben heute den 21. Dezember und damit den 21. Tag bei den Adventskalender-Gewinnspielen. Am 19. habe ich ungefähr bei 50 Gewinnspielen teilgenommen, am 20. ungefähr am 20 und am 21. also heute ungefähr am 10, vielleicht mache ich noch 20. Eine neue Gewinnbestätigung ist, kommt vom Airport Nürnberg, da habe ich ein Spiel gewonnen, mein Nürnberg, ein Kartenspiel, habe ich noch nicht bekommen. Vielen Dank aber schon mal, ich mache da nochmal ein Video, wenn du es bekommst. Das ist mir auch heute per DHL hier noch zugegangen von B&W Druck & Marketing GmbH. Ich weiß gerade nicht, was da drin sein könnte, ich packe es einfach mal aus. Und da haben wir Keine Ahnung, da kenne ich nichts. Ein Zettel ist auch dabei. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Mobili, Mobilität und Energie. Weiß jemand von euch, was das ist? Ich lese mal, was hier steht. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Gewinn. Liebe Adventskalenderteilnehmer, zu Ihrem weihnachtlichen Gewinn gratuliert Ihnen das Team der Mobene recht herzlich. Wir freuen uns sehr, dass Sie an unserem bisherigen digitalen Adventskalender teilgenommen haben. Unter den vielen Einsendungen wurden Sie als Gewinner gezogen. Wir wünschen eine ebenso besinnliche wie mit Jubel erfüllte Weihnachtszeit und einen guten Stadion das neue Jahr 2020. Herzliche Grüße, Mobene GmbH und Co. KG. Achim Bote, Geschäftsführer und Martin Heitz, Geschäftsführer. Vielen Dank für diesen Gewinn. Das mache ich jetzt da mal auf, weil ich habe echt keinen Plan, was das sein könnte. Oder steht da was drauf? Classic Car Kalender. Ach, ein Auto Kalender. Ah, okay. Und jetzt habe ich es gecheckt. Mensch, Mensch, Mensch. Jetzt habe ich wieder kein Messer hier. Immer fehlen meine Tools, meine Utilities. Schauen wir mal, wie der Kalender hier ausschaut. Noch mal eingepackt. Oh, dann kriege ich den so raus. Aha, okay. Limited Edition. Number 2419 von 5000. Crazy. Okay, die schauen ja ganz süß aus, diese Bildchen. Der ist nett. Freut mich. Vielen Dank dafür. Euch alles Gute bei den Leuten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.